jo leute und damit wir zu minecraft material energy hoch 4 mit dem flash mit centos dem verrückten hallo hallo wir sind wieder dumm unterwegs so jetzt müssen wir einmal strom hier rankriegen frage ist nur wie machen wir das am schlauesten wie machen wir das am schlauesten erstmal brauche ich ne ordentliche schlacken das ist das problem bei mir komedium kamort wird sich vor was sind das schrott dinge da hat die bauern schlack gemähalte als die anderen dinge ja da musst du mal gucken warte mal ich muss diese eigenen schlack immer nehmen zehn bücher iron bashes wollen wir denn die bashes hingepackt ich habe auch irgendwo alles reingeschmissen ja müssen das me ding zum laufen soll ich wollte mal gucken wie ich hier ja wir müssen das me ding echt haben so lange haben unten eine strom produktion hin bauen das wäre am schlauesten das heißt wir hatten doch irgendwo generatoren glaube ich so genau so ein survival generator die könnt ihr eigentlich nehmen dafür noch wo du runtergeflogen bist war ich ja noch mal kurz auf dem selber drauf ich würde das schaffen ich würde einfach ganz schnell nach unten strepzen und dann gucken ob das ist wo du jetzt tauschen oder was tauschen bin ich eigentlich leiser jetzt gerade geworden ja bist du ja ok dann kann ich das mikro noch weiter weg was denn tauschen ich weiß gar nicht mehr welche diskette waren das das wäre höchstens die rotunda ist weil die meine die minilab war die minis die meinen dass die leitfahrt mit ganz viel rotunda ja die rotunda ist es gewesen ich muss erst mal ne sachen ausklären so dann klatsche ich hier außerhalb mal eben das holt schon mal dran die öffnung wird sowieso noch größer gemacht ja ja später aber erst mal ein bisschen nicht runter bringen ganzen köpfe meine güte aber ich habe angst wenn ich irgendwas mit holz abbaue dass ich runter fliege Armee der zombieköpfe ja ja ach die hab ich dabei nur hingepackt ja hast du hingepackt aber ich sag ja nur Armee der zombieköpfe ach ne wie viele sind in der truhe wohl drin ich habe noch welche in den winter also groß brauchen wir eigentlich den eingang hier nicht machen wir bräuchten eigentlich nur ein bisschen halt doch das sieht aber besser aus wenn die ganze fläche weg ist ja aber komisch aus wenn du nur die hälfte weg machst ja aber bräuchten ja müsste man wieder was hinbauen ordentlich machen und äh jetzt mach jetzt mal dir was du gemacht hast mach ich jetzt auch mal hin aber dann kann man nicht ein bisschen mehr blöd zu machen ja das sowieso dann kannst du vielleicht irgendwo noch ne seite so nach oben machen und da drüber nochmal was bauen oder so keine ahnung ein slime water sword hab ich kommen gehabt ok das ist natürlich neust knockback 2 von 10 nekrotik nekrotik was war das er war doch glaub ich für dünger herstellen 4 äh smite 36 von 36 mod anti spider 4 von 4 ja das sind hier auch nett welche waffen aber gut dass du ja ein inventarslatt hast wo du dann mehrere sachen reinstecken kannst ja da hab ich schon die anderen waffen drinnen einfach mal ein bisschen rumtauschen und gucken was man da alles so schönes haben kann und diamanten haben wir ja das ist gut aber die sollten wir aufheben oh ne mein hund ja nix ja du nicht ja ne den hat ja kurz fenster zu im back drin sortieren so damit so aber fenster zugemacht dann nervt das nicht hm den t von creeper habe ich auch bekommen gehabt ich würde mal sagen dass wir erstmal so ein standardmäßiges feld hier hinbauen das war nicht so was einmal habe ich auch noch einen inventar aber brauche ich aber gerade gar nicht damit ich glaube er kann wirkt das schwer was das ding hat das hat blaze also feuer hat das drauf ich glaube ich hatte hier noch was mit feuer oder ähm das ich glaube ich wechsele das mit das schwert dann habe ich looting mehr ja warum nicht ne dann werden wir looting mehr haben man kann immer so schnell rumtauschen das ist das geile an diesem mod ich weiß gar nicht was du machst das überhaupt steht dort du meinst jetzt mit den das ist äh mit den rüstungsdingen wo du ja ja keine ahnung die dinker defense oder so irgendwas von dinkers construction eigentlich muss ähm dinkers defense ja ja muss das ja sein wenn das man nicht die schilder weil sonst wären die schilder ja auch nicht drin naja deswegen ja ah erst mal was suchen ja wenn das eh nicht anzieht ähm ein 2 so das ist voll da rein so ich glaub das reicht erstmal war da eigentlich unten mit der Katafin und so schon? naja hab ich jetzt nicht geguckt hab ich glaube weil dann ich glaube ich baue ich eigentlich na lass mich einfach mal die Felder ab und dann unten hinsetzen naja ich mach doch grad hier draußen schon soja hast du denn also zum Felder setzen und sowas? ich bräuchte jetzt gleich nur Wasser ne warum ich brauch nur nur Wasser und normale Erde vielleicht auch ja 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 das ist eigentlich so eine Erde wo dass wir die einfach nutzen können dass wir überall was anbauen können weil du brauchst ja manchmal immer immer Wasser oder so hast du was ne? weil deine Kartoffeln ja ja Kartoffeln hab ich hier ja ja Kartoffeln hab ich hier die nehm ich mal mit ich bräuchte jetzt eigentlich so ne Art ho ich hol's ich hol's ich hol's aber woher nimmt der da den Strom ist die Frage äh den speichert der sich über die ähm unten in dem ähm beim Generator hier wo das ME System ist ne? da hat er noch die Zellen noch das andere sind ja nur volle ME Zellen gewesen ja so ja ich meinte aber jetzt der die Teile mal aufmacht ihr kriegt ja doch von dem ME System unten diese Dinger halten ja teilweise ewig wenn du die nicht stark verbrauchst oder so halten die fast ewig mhm mhm ähm da ich muss jetzt mal ne Hau quäften ach komm ne Holz so ne Holz Hau reicht oder mein Junge ich halte das gleich immer wieder YOLO MUT und runter da ja das reicht ja YOLO tschüss warte mit den da lang wo wo fucking gesetzt sind oder komm was gespawnt ist hallo du auch sterb ja die mit den komischen Raketen pfeilen da komm wo krieg ich jetzt Wasser her weiß er nicht ne tschüss wow jetzt hab ich gar kein Wasser da ist noch ne Kiste wow und fackeln nicht oder ihr das denn fackeln fackeln wow verpiss dich ich hab keinen Schaden genommen das ist doch heute so geile da fackeln ich hab Spikes grad gefunden ich hab Spikes grad gefunden ist schon mal gut Spikes Quest ist fertig ok kümmer ich mich gleich drum haben wir nicht welche gefunden gehabt hier drin ich wollte eigentlich nur ganz schnell runter aber naja kennst mich ja ne ja bleiben wir erstmal ein bisschen länger drin ne tschüss Kripper tschüss tschüss mach mal Bomben da oben ja ok ok hier ist wieder ja hier ist wieder diese komische Glasboxer ok und beim letzten mal war hier nämlich auch Wolle drin ok das haben wir auch das ist diese blaue Wolle gewesen mhm die werden die hier einreisen ja ok ok wir haben hier draußen draußen sind Blöcke von Wokani Block da sind hier noch Kisten ich schalte mal mein Magneten an den ich dabei hab nein ich will nicht das Buch hören ich sag ja ich mach wieder Blödsinn nur ich will hier nicht sterben ich will ja alles voller Lava das ist das Problem oh Kill Wizard, Kill Zombies oh 150 Zombies killen Blazes, Blisses, Zombie, Pikmin, Enderman, Creeper killen gibt's eine Quest für wieviel Zombies haben wir schon äh Back to win Moment wir haben 20% 31 von 150 ok was Lost in Space oh da hat sie ein bisschen was freigeschaltet ja Kuiper war auch ne Kuiper killen ja Kuiper killen auch die Tool Fort Teleportation so da ist noch ne Kiste mal gucken oh ja zwei Backs drin zwei Good Backs aber irgendwie fällt mir auf dass es gar nicht so viele Kisten also viele Questen sind ne oh nein Alchemie da gibt's ein ganzes Ding von hm ist klar aber ich kann die Vulcanit Dinger nicht ab und scheiße Vulcanit Blöcke oder? sind kaputt gleich jup oh klar scheiße oh man ey fick mich joh das ist alles voller Monster nether space und rotunda und keine nether mit nether mit nether mit nether mit nether oh generatoren das ist geil lass mich ey wir haben ich hab'n Generatoren bekommen simplige Sorten boah ich wurde fast von da geschossen eben toll wir haben gar keinen Solar hier weißt du wie beschissen das ist oh da oben ist da ne Kiste ich hab mich eben einfach mal weiter hoch gebaut und da war ne Kiste Hi Zombie dann siehst du mich ja ne mich aber nicht so was haben wir denn da ein Trelling Post ein Bering Machine ein Whitestone Uncharted ok oh ich hab'n Platz mehr 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 um Ironcrap Ironberries Very Horrorberries Obum Pitch scheint 17T Pink Generator Deserter Generator und Heid ok das ist ganz gut ja ja jetzt muss ich mich doch mit Erde hochbauen fuck ich wollte mich grad nicht mit Erde hochbauen das ist immer nervig oh nein Minecraft schließt sich glaub' ich ja mein Feuerwerfer bei mir geschlossen erstmal eiskalt ah statt der war neu mein Gott ist nix mehr oben ist nix mehr drauf kennt man ja nicht anders von Minecraft dass es hier einfach mal so schließt aber komischerweise schon gerade wieder schließt mir leckt das grad so ein bisschen ich glaub' ich mach' doch den Upload mal weg könnt' ihn doch mal legen würde ich auch machen wär' sinnvoll ähm tschüss raus hier erstmal weil ich auf dem Test ob irgendwas macht ok wie gesagt die Walle haben wir und so so traut mal warten wir dass es Minecraft wieder startet ah komisch hab' wieder nur diese komischen Energy Pipes von Enderio hingeklatscht und zack wieder weg ok ok wo hast du die hingeklatschen ah unten dass wir die dass wir den eigenen Generator anschließen können dass ich ein bisschen Holz verfeuern kann eventuell hm ne hellig die ganzen Sparks bekommen wo du die aufgemacht hast oder was mal Bandit hast die Quest naja ich würd mal sagen ich glaub wir brauchen noch ne Kiste wir brauchen eher ein ME System hm jetzt haben wir brauchen eher oh ja oder ME System stimmt schon aber trotzdem weiß wie ich das mein' come on Craft biete mir Content oh oh ich leck das erst wieder ein bisschen echt gamisch 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 du gamisch gamisch ja 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 oh ach so ich ne bisschen ok cool cool insert ich glaube blau war Eingang ja für solche die ganze die ganze schritte mehr zum wegs kriegt so dann muss ich auch mal die Quest noch werden isure dann und du think du ba du du Untertitelung des ZDF für funk, 2017